Ich hab hier, ich hab hier jemanden, ich seh hier jemanden, geh hier AAAAAAAA Hier ist ein Scheiß raus JA, DA, HEMI, JA, DA, 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 NEIN, RECHTS, DIGGA, BIS DU JAK? Ja, ich hab's Sprinte! Ehen? Nee! F, 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 mach auf, geh durch! Schnell, da lieg ich! Ja! Ja, inzwischen machst du den illegalen U-turn, hättest du, alter, hilf dir! Das ist sch... Ich geh grad mit dir rein! Boah! Ah, blöde! Ah! C! C für Karte! Ich hab schon wieder ne bisschen Schose! Hallo? Warum ist denn hier kein roter Punkt? Will ja auch mal das Monster kommen, oder nicht? Ah, da ist es doch! Das bin ich! Nein! Ich hab ganz kurz den roten Punkt gesehen! Wir essen ja vor mir, hm? Wir essen das ja alle! Na, ich wahrscheinlich! Was ist, wenn du die... Wenn du die Augen zu machst, dann findest du ihn nicht drüber, aber dann müssen wir auch jecken! Warum sollte ich meine Augen aufhaben? Das ist voll ineffizient! Leute, wer dründet denn hier rum? Ja, hier ist kein Monster! Ihr könnt ruhig hier rum... Jetzt ist der Monster! Es ist voll gut dran an uns! Hä? Es ist direkt bei uns! Mir wird's gar nicht angezeigt! Der eklige Den! Na, ich seh ihn! Er läuft hier vor mir! Der dreckige Ulrich! Warte mal, wenn einer von uns stirbt... Ich bin einfach nicht dran! Du bist schwarz! Ey, sneak lieber! Du bist schwarz! Ich hab... Felix hat schwarze Punkte! Ah, ich hab hier... Ich hab hier jemanden... Ich seh hier jemanden! Ja, ey! Ja, ey! Du kannst doch sagen, hier ist nichts, ne? Irgendjemand kriegt hier vor mir rum! Oh, letztes Mal hattest du ja ein ganzes Inventar voller Mandelwasser. Hast du jetzt noch welche? Kannst du was abziehen? Oh mein Gott, ja, Hermio, ey! Oh, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Oh! Ja, ich mach doch Bulbo! Oh! Lass mich durch! Ich darf nicht durch! Ah, ihr müsst sterben! Ihr müsst sterben! Ah! Scheiße! Ich sterbe gleich an der Psychose! Kacke! Ich sterbe gleich an der Scheiße! Oh Gott! Wenn ich jetzt an der Psychose sterbe und wir das Level dann nicht geschafft haben... Oh! Das wär so... Doch, ich versuch! Natürlich ist er da! Äh, bitte! Bitte! Ich hab kein... Ich hab kein... Es ist kein Ding jetzt mehr! Es ist alle! Es ist komplett alle! Ich hab ne Psychose, Leute! Ich sterbe! Ich bin tot! Oh, ihr! Oh! Digga! Das ist so scheiße! Och, so ein Müll! Digga, er ist tot! Weiß! Weiß, weiß, weiß! Ja, toll, weiß! Nee, da bist du wieder zurück! Also, bei mir war wirklich nur weiß! Was bist du? Oh, weiß! Psychose! Also, wir müssen da lang! Vielleicht ist es dann neu! Also, wenn du den Ausgang hast, dann ist da so ne Tür! Ach! Und die ist hell erläutert! Was suchen wir eigentlich? Der Ausgang? Ja! Da! Ja! Nein! Rechts! Digga! Bist du Jack? Ja, ich hab's! Sprinte! F! 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 Mach auf! Geh durch! Schnell! Oh! Oh! Zieh Hose! Ja, das war's Jungs! Tschüss! Man kriegt auch nicht neue Sanity! Sanity! Oh! Drillga ist das Level geil! Ja, Digga! Ja, hier gibt's Boote, Leute! Jetzt wird kein Fluss! Wasser geht! Nein! Du kannst nicht schwimmen! Stopp! Lass mich rein! Stopp! Es kann nur einer! Bis, Leute! Ey, ey! Steh doch nicht auf dem Boot! Ah, wieso kriegt man keine neue Sanity? Das ist so kacke! Hä? Ich hab das... Leute, schaut mal! Dieser Typ paddelt rückwärts! Was soll denn das? Warum... Hä? Wollen müssen wir eigentlich? Hast du recht? Ja! Ich mach jetzt ein paar Tricks, ja! Ja, ich sieh's! Du machst hier den illegalen U-Turn, hättest du! Alter, hilf dir! Das ist... Ich raum jetzt hier rein! Boah! Ah! Wer überholt mich hier von rechts? Das ist der Felix! Das bin ich, ne? Das war er! Ich war jetzt hier! Stopp! Stopp! Hab ich doch gesagt! Ja, aber den... Aber den hast du nicht vor uns gesehen! Doch, hat er! Ja, komm! Quatsch mich nicht vor mir! Doch, ich hab ihm zugeguckt, als der Leuchtturm erscheint! Nee! Welchen du meinst? Ja, ja, stimmt! Das ist der... Oh, mach mal das Feuerzeug an da! Hier, ne? Das Feuer-Ding! Was für Feuerzeug? Oh, geil! Hier steht schon so! Da rechts auf der Brücke! Da ist doch ein Käfig mit einem Feuer! Was für ein Feuer? Was ist das für ein Feuer für dich? Das ist gar kein Feuer! Das sind Taucherhelme! Oh Gott, Leute! Das ist Content Warning! Du bist ein Content Warning, Alter! Content Warning! Ah! Leute, ihr müsst schon hier anhalten! Wo fahrten... Wo fahrten ihr hin? Zum Drive-Through oder was? Digga! Felix hat mich abgedrängt! Ja, und warum fährst du dann dorthin? Weil ich ihn überholen wollte! Und dann ist er einfach in eine andere Richtung gegen mich gefahren! Digga, was machst du? Nein! Nicht ins Dicka! Wer lebt denn noch alles? Digga! Ja, wir alle drei! Außer du Helm! Hä, und Felix? Ah ja! Hä, warum kann ich hier nicht drauf? Damn! Legendary, Leute! Leute! Ich hab... Ach du Scheiße! Hallo! 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 Du musst hier auch den Traucherhelm aufsetzen! Wir müssen hier nach unten fahren! Leute, ich kann... Ich kann nicht drauf! Wer ist denn das hier? Ja, Bulpo, du bist bestimmt auch falsch! Weil du bestimmt nach hinten musst! Ja, Bulpo, dann musst du dort! Zu dem Dach fahren! Ich dachte, vielleicht kann man an den Steg! Ja, nee, war ja klar! Nee, Digga! Der hat das Spiel nicht mal! Ja, junger Mann! Er paddelt ins Nichts! Junge, jetzt steig einfach aus und lauf hier hoch, ey! Jetzt bring hier rüber! Und lauf hoch! Du sollst euch den Taucherhelm aufheben? Ja, und auch aufsetzen! Na, setz mal auf! So, geht's noch bitte los! Nee, ich muss jetzt aufsetzen! Oh Gott, Leute! Hab' ihr die Luzi? Ah! Hab' ihr die Barri? Oh, jetzt kommt der Fisch! Finde den Fisch, Leute! Finde den Fisch! Find der Fisch! Findet Nemo! Wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch? Ach du Scheiße! Der sieht ja ekelhaft aus! Oh, du heilige Scheiße! Leute! Alle raus! Alle raus! Raus! Ich würde raus! Level... Level Swim! Oh, dieses Geräusch hier! I will lang! Oh, hier sind so komisch! See... Oh, man kann sogar schneller schwimmen, oder? Wie? Oh ja, man hat so'n kleinen Busch! Oh, Leute! Ich mach' 50 Meter Schwamm! Schwamm! Oh, der ist echt wach jetzt! Goldbedaille! Oh, das geht hoch! Ach, das ist ja Minecraft hier unter Wasser! Ja, ja! Hä? Weil nur in Minecraft schwimmt man! Minecraft unter Wasser! Nein, sowas gibt's nur in Minecraft! Minecraft Underwater! Ich glaube, was hast du gemacht! Du hast grad Zeitung... Du hast grad Landung gemacht! Oh, Mann! Leute, hier ist ne unsichtbarer Wand! Hier geht's glaub' ich nicht weiter! Mann! Ne! Du glaubst! Was müssen wir denn suchen? Müssen wir Nemo suchen? Na den Ausgang! Oh! Ne, ne? Ne! Alter, warum ist das so laut hier? Ich hör' hier nix! Ja, dann mach doch dein! Kein Glück, dass ich die Backgroups auf lautlos... äh, nicht auf lautlos, auf leise hab! Auf lautlos, Digga! Ne, auf leise! Er will Zero-Spiel-Experience haben! Ne, ich hab schon... Leute, ich jetzt grad rückwärts schwimmen! Weiß einer, wie der aussieht? Lässt ich auf dir! Ja, da geht auch so n'n großer Fisch, da hat's nur die Mund auf und dann muss... Junge, was machst du? Ey, du machst die Drop-Kicks! Oh mein Gott, da gibt's Drop-Kicks im Wasser! Roundhouse-Kick! Ja, Roundhouse-Kick! Leute, Talahun sind im Backgroups! Äh, Talahun! Oh, Talahun! Leute, irgendwie schwimm ich hier im Void! Ich bin der Patron! Och, Mann, mein Spiel hat sich gelöscht! Ah, Leute, hier nach unten! Hier ist ne unsichtbare Wand, Leute! Hier lang! Oh, Leute, ist das ein Stein oder ein Fisch? Aber ich hab' einfach verloren! Ah! Leute, könnt ihr's aus-whippen? Whip it out! Whip it out! Kann man's Unterwater out-whippen? Whip it out, place! Please! Ich weiß nicht, ich glaube, wir suchen irgendwie so eine Höhle! So einen Höhleneingang! Oh, ich hab' einen Höhleneingang gefunden, mir da war vorbeigeschwungen! Bist du daß da oben? Oh, hallo! Ich schwimm zurück! Ah, Samuel! Oh, geil! Wo seid ihr, Leute? Ich seh' euch nicht! Warte, hier ist doch ein Höhleneingang, oder? Ja, ich bin schon drinnen hier! Hä, was soll das? Ist doch kein Höhleneingang! Oh, Digga, ist das geil! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Alter, der ist ein Käfig! Ja! Was ist das für ein Käfig? Leute, wo seid ihr? Oh, Alter, ich bin auch in der Höhle! Hier sind so Lampen! Oh! Oh! Hier geht's runter! Leute, das ist ein Klakorps! Ja, warte! Minus 500! Oh, ich hab's rausgeschafft! Oh, ich hab's rausgeschafft! Oh, ich bin raus! Ich bin auch raus! Ich bin auch raus! Ich bin auch raus! Ich bin auch raus! Ganz ehrlich weiter! Ja, schon, aber... Oh, ich glaube, ich habe es gefunden! Leute, ich habe die Lampen! Hast du's? Oh! Ich fliege durch! wo muss ich hin nach oben ja halt einfach nach unten an die nach unten oder was nach unten und ich bin ja fast wieder raus aus dem rock geschwommen scheiße mann ach du ja fast warum ist der black screen hier immer noch ich habe jetzt nach oben diese katzen sie zu hause sagt mir nicht dass es das leben mit den skinwalkern ist wir haben seine karte gezeigt wir wollen das ja natürlich geht es wäre überscheiße wenn es dann in diesem level nicht gegen oder wie geht es heute warte mal sie funktionieren die für personal ausweiten hallo ich wurde getrappt hier Jemand bodylockt mich, Leute. Wartet mal, ich glaube, hier ist eine riesen... Ja, hier gibt es auch riesen Motten. Vielleicht nicht laufen. Ich habe es nicht gehört. Wer ist denn jetzt hier gestorben? Ich. Ja, Bülbo, da hast du dich vorgedrängt. So einer bist du, ne? Ich habe vor, Alter. Einfach so eine riesige Motte. Ich bin einfach so eine riesige Motte. Alter, du bist auf einmal losgeflogen bei mir. Was soll denn das? Der Bülbo ist losgeflogen. Was machst du, was machst du, Alter? Du hast irgendwie hier so... Bülbo, J. J.Bülbo. Ach, da ist noch so eine riesen. Hier hängt noch eine riesen Motte. Oh, hier geht es lang. Wie die uns so nervig sind. Oh, hier geht es lang. Oh, Leute, es gibt einen Ausgang aus diesem Level. Oh, mein Gott. Leute, was müssen wir finden? Was suchen wir, Leute? Oh, Leute, ich kriege ne bisschen Schose. Leute, weiß jemand, der Bülbo? Hat jemand ne Mert? Leute, ist das der Eingang, wo wir herkommen? Nein, natürlich nicht, du. Leute, wir müssen die Kusser. Hier steht Metal Vader. Ich brauche Metal Vader. Oh, Metal Vader. Ich brauche auch Metal Vader. Sonst mache ich gleich Ciao, Ciao. Ich nehme noch mehr Taschenlampen mit für Bülbo. Metal Vader, Leute. So, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf Taschenlampen für Bülbo. Leute, drück die Schleuse. Einmal drehen. Hier, hab gedreht. So, Tür auf. Ich habe noch einen Metal Vader. Tür auf. Mach auf. Ich muss auch einen Metal Vader trinken. 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 Nee, darfst du nicht spawnen? Nö, ich spawne hier mal wieder. So, Felix, willst du dich auch bewegen, oder? Ja, ja. Ich muss ja mal einen Metal Vader trinken. Ich habe hier einen Metal Vader reingefetzt. Oh, scheiße, da ist noch eine Morte. Ja, ob sie halt nicht so viel bewegen. Also schon bewegen, aber halt ne, sneaken, ne? Ja, wir müssen hier vielleicht gleich vor einem Skinstealer wegrennen wollen. Aber dann wäre es schon ganz schön, wenn wir wissen, wo die Motte ist, damit wir dort nicht hinrennen. Ach so. Oh, es ist ja so, dass es geht. Nee, ist es nicht, Pulpo. Oh, da ist eine Motte, da ist noch eine hier. Ja, ich habe schon. Oh, hier ist auch noch eine. Leute, hier ist auch noch eine. Ah, die Ehre Motte. Leute, da ist doch eine. Ich würde hier links gehen. Ich würde hier links gehen. Ja, durch die Brücke. Das sieht irgendwie kaputt aus. Ja, das ist die Brücke. Das sieht doch gescheit aus. Das sieht doch gescheit aus. Ja, sieht voll gescheit aus. Oh, Leute, das hat gar nichts gebracht. Ah, doch. Oh, da sind... Oh, nee, da ist die Brücke. Oh, mein Gott. Das ist ja ein Obstacle-Course. Ja, sieht so aus. Denkst du, wir kommen drüber? Nee. Fürs Video. Ich kann nicht mehr. Wer hat den ganzen Tisch leergeräumt? Ich habe nur eine, aber der eine Dings. Nee. Oh, es klingelt. Leute, na? Wer da? Hallo, hallo. Ich möchte eine Message für dich schreiben. Lass mich raus. Hey, kommt der jetzt nicht mit? Lass dir jetzt weg, ne? Ach, nee, geht's. Ich bin jetzt hier alleine mit den Skins, die dann... Na, wenigstens. Ach, nee. Hannah Montana. Oh, wer gibt's denn hier das Telefon? Hallo. Hallo. Wer da? Talk to the Captain. Luide. Das ist für Alex, ey. Ich werde von der Morte gleich bitte schnappt. Wer vor mir steht, whip it out. Ja, Leute, ich glaube, das ist der Anfang. Hier geht's weiter, Leute. Das ist der Anfang vom Trottel. Ah, nee, hier sind wir hergekommen. Wir sind im Kreis gelaufen. Sehr gut. Oh, ja, wir sind jetzt wieder in die Tür gegangen. Wir gehen jetzt wieder gerade aus. Whip it out, please. Der fällt jetzt wieder los, ey. I will whip it out for you. Oh, ich habe den Ausgang. Nee, ne? Was? Wo bist du lang gegangen? Links oder rechts? Äh, ich bin dann hier einfach geradeaus. Ach so. Nee, da, wo wir halt noch nicht langgegangen sind, ne? Ach so. Ach, hier bist du. Na, hier waren wir noch nicht. Oh mein Gott. Ey, hier ist so einer mit Licht. Wer? Ja, das ist, glaube ich, ein Skins-Dealer. Wer gefragt hat. Halt's im Maul. Ich dachte, hier steht... Ja, 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 aber da sind auch die Skins-Dealer. Hallo? Wer sprintet hier so ambitioniert darauf zu? Ja, da bin ich gerade gestorben. Ah, ja, Moide. Guck, die sehen aus wie ihr. Die sehen aus wie ihr. Da hinten, siehst du es, Felix? Geht mal durch vielleicht. Ja, da bin ich ja auch hingegangen, aber da waren das Skins-Dealer. Ich habe euch ja gesagt, dass ich den Ausgang habe. Ich sprinte. Ich bin ambitioniert. Komm, Felix, wir machen die Scheiße jetzt. Let's go. Ich hoffe, wir folgen hier und ich werden jetzt auch respawned. Ja, schüss, Baby. Jetzt seid ihr wieder bei der Brücke, ey. Oh, ich brauche mehr. Oh, nee. Oh, nee, nee. Nee, nee. Vielleicht ist hier nochmal so eine Station. Oh, nee. Oh. Schafft ihr einfach den First Try? Oh. Oh. Ja, ich habe ein bisschen Schuhe. Ah, hier ist eine Leiter. Komm hoch. Ab, ist es mal da. Ja, würdest du mal da hochgehen? Ach so. Ja, was ist denn jetzt? Ich bin am hochgehen. Nee, links. Ja, jetzt ist das nächste Äpfel. Digga. Oh, mein Gott, geil. Oh, bei mir waren einfach gerade die Backrooms. Ah, die Backrooms. Oh, mein Gott, Leute. Scheiße, wir sind wieder am Anfang. Äh, das ist das Plätzchen. Der Backrooms. Oh. Umseile, Leute. Huch. Ah, eins, Fragezeichen, zwei. Wo seid ihr denn jetzt? Eins, Fragezeichen, zwei. Wo siehst du denn hier ein Fragezeichen? Der Code hierfür ist eins. Die gleiche einen anderen Raum. Ah, eins, Fragezeichen, zwei. Ich habe es, Leute. Okay, eins, drei, zwei. Hä? Bist du jetzt? Eins, Fragezeichen, zwei. Ich habe den Code, Leute. Ich habe den Code. Jetzt bräuchte ich mal. Was ist der Code? Äh, ich gebe ihn ein. Hat jemand Mandelwader? Nee. Na, du hast bestimmt wieder 10.000 da. Ich habe zwei. Leute. Ja, siehste. Wer hat sich das Mandelwader genommen? Ich brauche Mandelwader, Leute. Einer muss jetzt den Mandelwader geben. Sonst säge ich euch. Wetter, Kettensäge weg. Gebt mir Mandelwader, sofort. Hier, säg das doch weg. Ja, säg doch auf. Aber wir gekauft, was ist das? Die war im Schrankkammer. Oh, scheiße. Leute, jetzt wird aufgesägt. Oh, nee, alle gehen auf der Stelle. Das ist kein gutes Zeichen. Ah, Leute. Ah, ich bin hier genau geklappt. Wartet mal, Leute. Leute, ich bin in den Backrooms. Wo seid ihr? Keiner ist neben mir. Äh, ich bin einmal nach links, einmal nach rechts. Ah, oh, oh, ich habe einen gefunden. Hallo, wer ist hier? In den Backrooms. Oh. Tika, ich bin dich, ich bin's. Wer bedauert? Oh, da ist einer, da ist einer. Äh, der ist gefälscht. Hallo, schau mal, was steht bei mir drauf? Emilio. Oh, okay. So, wo sind die anderen? Warum sieht bei dir die Grafik so aus? Warte, warte mal. Was soll denn das? Ich weiß nicht, bei Felix sieht irgendwie alles über awesome aus. Ich weiß auch. Was, hä? Was hat er denn? Oh, da sind die Kamera. Er hat seine Gamma einfach auf niedrig. Oh, wer ist hier? Ich komme mit der Kettensäge. Leider bin ich zuerst. Ja. Da ist eine Sackgasse. Ich würde gerne mal wieder sehen, wie das aussieht. Ab in die Hinterräume. Leute, ich droppe mal die Kettensäge. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Ja, warte. Hier ist ein Pfeil. Oh. Ich muss sie auch benutzen. Nein, nein, nein. Der holt ihn jetzt aus. Ah, komm her, komm her. Ah. Leute, hier geht es gut. Leute. Ich meine, jetzt stell dir mal vor, ich gebe dir so keinen Mando Water. Auf einmal zückst du so die hier aus der Mimmedaune. Aber zack, Digger. Zack, zack. Ja, das sah halt so geil aus. Ich wusste ja nicht, dass du die gefunden hast. Und ich war so verwirrt. Digger, mach sie aus. Sie nervt so ab. Sie lag da. Ja, ich mach sie doch aus. Ah, Leute, jetzt noch einer. Wollen wir Kampf machen? Kettensägenkampf. Leute, let's go. 3, 2, 1, go. Ich hau sie um. Guck dir, ist das bescheuert. Boah, wir sägen die einfach weg. Zack, Alter. Mando Raider. Jorik. Mando Raider, das meins? Alles meins? Digga, hemmi, jo. Hier ist auch ein Hebelklau. Oh, hier ist ein Knöpfe. Geil. Oh, ich hau die Tür noch mal oben. Oh, ihr steckt an der Tür fest. Macht doch mal die Scheiße. Mach jetzt die Scheiße aus. Ich raste aus. Ist es gut, wenn hier ein Wend ist? Ja, du kannst halt nur sehr sass sein. Nee, es geht ja sowieso nicht lang, oder? Ja, alles gut. Das heißt, warum muss ich hier drin verstehen? Oh, hier ist noch eine Tür. Oh, Helder. Aufsägen. Zack. Zack, zack. Einmal weg hier. Zick, zack. Zick, zack, naht er ab, sag ich immer. Aber warum ticken das? Warum ticken denn das? Hä? Ja, wir müssen sie alle gleich. Oh, nein. Oh, Leute. Scheiße, war das Siren Head? Der hat die Kettensägel, ey. Das ist meine Taschenabelle. Leute, meine Taschenabelle. Ich habe meine Taschenabelle da. Leute, kann jemand die Tür aufmachen? No, ich mach mal auf. Seht mal, das Monster wird kaputt. Oh, hui. Wer ist denn da? Seht mal, das Monster wird kaputt. Das ist die OG Backroom, Backroom, Backroom. Na, da ist doch niemand, hä? Ja, geh mal raus und zersäg dich mal mit deinem Messer. What? Du, Tür, zu. Ich muss das auf Kamera kriegen hier, ne? So, jo, so. Wo ist er denn? Ne? Du hast... Der Auto, ey. Oh, Mental Raider. Ich brauch Mental Raider, Leute. Danke. Was ist da? Na, die Entity. Was wohl? Da ist eine Entity draußen, direkt vor der Tür. Ach so? Ja, die geht nicht zu. Ach so, die geht nicht zu. Ach so, die geht nicht zu. Moin. Mach sie zu. Digga, warum steht die da wie so ein Otto? Guck mal. Schaut da mal. Hallo? Ah, Alter. Mach die Tür auf der... Ah, nein. Ah, mach so, mach so. Scheiße, ey. Leute, rip it out. Oh, halt da die Hand. Oh, halt da die Hand.